Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mr. Weibel mit meiner fünften Staffel und der 16. Folge, heute in der V-Produktion am 01.10.2022. Bevor es aber losgeht, wie immer erstmal ein herzliches Dankeschön und zwar diesmal an Dominik Weinhold. Der Dominik hat nämlich am 21.02.2022 das sichtbare Abo bei mir hinterlassen, das öffentlich sichtbare Abo bei mir hinterlassen. Vielen lieben Dank dafür, du warst Nr. 698. Dominik verschwindet jetzt aber wieder, ich muss mich ganz kurz abpusten, Moment. Entschuldigung. So, da bin ich wieder richtig und mit Stimme, ja wir haben wieder Ton, wunderbar. Tag 12, genau Tag 12 früher Morgen, die Möbel sind da, weil ich bin mal kurz von der Hütte weggelaufen, nachdem ich hier neu geladen habe, wieder zurückgelaufen, damit die halt wieder da sind. Wir haben hier auch einiges vor heute, aber vorher noch eine kleine Anmerkung, ist das die Sonntagsfolge, die geht schon automatisch bei mir mindestens 45 Minuten, denn ab morgen gibt es dann erstmal wieder ein anderes Spiel, ausnahmsweise danach die Woche gibt es dann wieder Mr. Weibel und dann kommen erstmal wieder drei andere Spiele. Also ich habe so einen Wochenrhythmus eingeführt, den hatte ich schon mal anfangs der Staffel erwähnt und auch zwischendurch einmal der Veröffentlichungsplan, der ist ganz wichtig, dass ihr da mal reinschaut, wenn ihr wissen wollt, wann kommt denn die 17. Folge oder sieben Folgen später, wann kommt denn danach die nächste Folge. Warte, ich muss nochmal kurz erwähnt haben. So, also, da haben wir heute startet, wir haben viel zu tun. Und zwar die drei neuen Schränke, die haben wir ja, das sind aber noch nicht genug Schränke, wie ich persönlich finde. Und wir haben hier noch Platz. Also, unser Wilson 2.0 wandert nach draußen zu Wilson 1.0. So, damit er hier nicht so im Weg steht. So. So, passt das? Passt. Haben wir schon mal zwei Leibwächter, immerhin. Ja, die ganzen Sachen, ja okay, aber trotzdem, wir brauchen erstmal noch mehr Stauraum und Schränke. Obwohl, wartet mal, eine Sache wollte ich noch vorher machen, bevor ich nochmal darauf hingewiesen werde, obwohl ich schon dreimal selbst, in jeweils drei Folgen oder so gesagt habe, hier oben drauf kann man ja Sachen draufstellen. Habe ich auch gesagt, das wäre cool, wenn ich das dann machen würde, als ich das Bett überhaupt dann da erstmal rausgeglitscht habe. Und jetzt wollen wir da aber auch mal was drauf bauen. Ich muss jedes Mal gucken, was, wie, wo. Und zwar die hier. Ah, obwohl das sieht doof aus, oder? Ich habe vergessen, dass die Füße haben. Äh, nee, dann warte ich doch lieber, bis ich Koffer und Kisten weiterfinde. Das ist mir dann ehrlich gesagt lieber. Weil hier drauf möchte ich dann einfach Klamotten stapeln. Irgendwie so in dem Dreh, also Helme, Hemden, Hosen, Schuhe und so weiter und so fort, hätte ich dann hier drauf gerne gestapelt. Aber ich glaube, es macht sich auch, ja, es macht sich besser mit Koffer und Kisten. Da kriege ich nämlich mit mehr Slots, glaube ich. Hier sind zehn Slots drin. Hier auch. Ja, dann lieber die Holzkisten. Oder Koffer, weil ich davon dann insgesamt von der Anzahl her mehr hier oben drauf bekomme und kann es besser durchstrukturieren. Dann lieber so. Ähm, stimmt. Wasser. Ah, ja, ja, ja. Wir haben verdammt viel zu tun, Leute. Ich setze jetzt hier erstmal ein paar Baustellen. Ah, war schon richtig rum, okay. Moment, nochmal abbrechen und neu machen. Warum? Weil er dann gerade ausrichtet. Wir sind hinten dran. Wir sind hinten dran. Eins. Und hier kommt nochmal zwei. Nochmal zwei lebt. Hä? Vielleicht geht er nicht hier. Ich mache erstmal nur drei. Weil ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob ich vielleicht doch noch eine Reload Bench daneben setze. Problem ist halt nur, ich bräuchte dafür trotzdem vorher erstmal noch eine Blacksmith oder wenigstens diese Schmelze, diesen Hochofen, die Funiture oder so ähnlich, wie die hieß. Also wir brauchen wieder Bretter. Habe ich gerade zufällig im Inventar. Und Components. Gut. Und Meta Scraps. Stimmt, Robin. Du hast in der letzten Folge schon die drei gebaut. Das heißt, du hast jetzt kaum wieder Vorräte. Dammit. Was sagt unser Einkaufswagen dazu? Ich wollte schon sagen. Also, das hätte mich jetzt aber auch massivst gestört, wenn das nicht so gewesen wäre. Dann gehen wir hier nämlich mal in ein vernünftiges System rein. Und wenn wir das haben, können wir ein bisschen effektiver arbeiten, wie ich persönlich finde. Statt immer erst die Sachen zu suchen. Und wenn wir das haben, dann können wir uns auch endlich ans Basebuilding ran machen. Und bevor ihr euch fragt, hat er sich jetzt nur entschieden, das Banditencamp zu machen oder nicht? Ja, wir gehen da heute mal gucken und probieren mal die Explosionspfeile aus. Ob ich schaffe, ist noch die andere Frage. Ich würde das auch wirklich nur als Experiment erstmal gelten wollen. Einfach nur, um zu gucken, wie gut kann man mit diesen Explosionspfeilen arbeiten und wie gut halt nicht. Oh, um Gottes willen. Hatte ich nicht noch hier einen Koffer drunter? Ach nee, ich hatte bloß gemeint, ich könnte da noch einen Koffer drunter stehen. Stimmt, so rum war das. Ah, Mist. Ach, habe ich ja noch gebaut. Stimmt, hier ist ja der vierte. Alles klar, gut. Dann können wir hier wieder die Konserven reinstopfen. Wunderbar. Weil ich wollte doch sagen, ich habe doch irgendwo vier gebaut gehabt. Na gut. Äh, falsche Taste. Zack, zack. Ihr ahnt schon, worauf es hinausläuft. Wir werden es ein bisschen umsortieren. Wenn wir das geschafft haben, sind wir auf dem Weg der Besserung. Äh, gut. So, zack, 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 zack. Hier war nichts mehr. So, so ein Buss ist hier. Wunderbar. So. Metal Scraps hatte ich jetzt wieder alle verbraten. Oder wie, da wäre er oder wo oder was. Oder ich nehme Inventar und sehe sie gerade wieder nicht. Nee. Oha. Okay. So. Ja, Werkzeugkoffer, Werkzeugkisten. Daran mangelt es mir echt noch irgendwie am stärksten gerade, wie ich finde. Aber das kriegen wir auch noch hin. Wo sind sie? Hier sind sie. So, hier drüben hatten wir ja schon Zucker. Ah ne, wartet mal. Da fällt mir was ein. Zucker. Flaschen. So. So, für die Schnapstestille. Da fällt mir ein. Ich wollte schon längst mal was nachgeguckt haben. Das war gar nicht hier. Ach, den Molly kann ich mittlerweile schon herstellen? War das nicht vorher so, dass man erst die Rachel befreien muss? Oder die andere, die Käthe? Und der dann eine Zierette geben muss, um das Rezept zu bekommen? War das nicht so? Aber das heißt, wir könnten schon Molly herstellen. Laut der Anzeige hier. Hm. Schwierig. Äh. Den hier wollte ich öffnen. Danke. Hier, Schnapszutaten. Äh, nicht Schnapszutaten. Mollyzutaten. Muss halt nur aufpassen, dass ich nicht zu viel schnappse da immer Bunker. Weil das frisst halt nur unnötig Platz hier drin immer. So, ich hab noch Streichhützer gesehen gerade. Nein. Ja. Sogar mit 100%. Sehr schön. Dann. Bretter. Genau. Ductapes. Ach, puh, nee. Hier ist wieder zum Craften. Oh, das ist Baumaterial. So. Moment, Moment, Moment. Äh. Noch mehr Streichhölzer. Genau. Flaschen über Flaschen über Flaschen. So. Was haben wir hier? Ach, den hab ich schon leergeräumt. Gut. Na, den anderen bitte. Ah, ja. Und noch mehr Ducktapes. Super. Hallihopp. So. Noch mehr Flaschen. Genau. Warte mal, ich tausche das hier mal kurz aus. Verflaschen werden wir relativ viele noch finden. Obwohl, ich könnte eigentlich pro Sorte einen Schrank nehmen im Moment. Hm. Überlege ich mir noch. Das muss erst mal Fruchten noch in mir hören. Das muss erst mal richtig ankommen, die Info. So. Boah, Streichhölzer haben wir echt massivst viele. Aber wartet mal. Ich kann mir jetzt erst mal 18 Stück hiervon schnappen. Ah, nee, kann ich nicht. Ich warte, die sind von einer anderen Haltbarkeit hier. Sonst, der wird die austauschen. Ach, nee, okay, dann nicht. Gut. Hat sich das erledigt. Ach, guck mal, in der Schau. Jetzt sind hier bloß noch zwei. Die anderen sind despawned. Hab doch vier, fünf Stück dahin geworfen gehabt, ne? Dann sind die, die wirklich eigentlich leer waren, aber die Anzeige gesponnen hat. Dann sind die jetzt despawned. Okay. Find ich gut, dass die dann auch verschwinden. So. Äh, Angelköder und Ducktapes noch mehr. Moment. Warum stecksten die nicht? Ach so, weil die hier im Regen ein bisschen angeknackst wurden. Stimmt. Angelköder. So. Salz kommt raus. Das ist ja dann für unser Fleisch. Kann ich eigentlich hier erstmal mit hinpacken, ne? Muss mich nur dran erinnern, wo ich's hingepackt hab. Federn. Ach so, ich hab hier noch ein bisschen Feuerholz eingesammelt. Kann ich das nicht eigentlich? Doch, stimmt. Das kann ich doch eigentlich erstmal schon mal hier bunkern. Genau. Ein zweiter Kanister. Ja. Ich stelle den erstmal hier mit rein. So, dele. Werkzeuge über Werkzeuge, wie immer. Messer, würde ich sagen, behalten wir immer mal bei, dass wir das immer mal mitnehmen. Ach nee, sein Dritter kann das, das stimmt. Äh, Messer, dass wir's immer dabei haben, falls wir nochmal unterwegs irgendwie jagen. Axt. Mit Kniffe, andere Kniffe, Munition. Ja, ja, äh, äh, ja. Dann haben wir hier nämlich jetzt endlich einen weiteren Behälter für Werkzeuge. Und bei dem Angelzeugs fällt mir ein, da wollte ich was gucken. Das war nicht hier, das war auch nicht da. Wo war's denn gleich nochmal? So. Warte, du bist ein Wheel. Ah, Slots eingespart. Das sind jeweils Lures. Okay. Keine Beschreibung dran, aber gut. Dann hab ich jetzt wenigstens schon mal das. Das heißt, mir fehlt bloß noch die Leine und die Rote selbst. Okay. Damit kann man arbeiten. Oh. Das war falsch rum. So. Batterie. Kommt dahin, wo auch Filter und die anderen Batterien sind, genau. Ja, die Sachen, wie gesagt, das muss alles dann noch wegsortiert werden. Ach Mensch, jetzt hab ich ja hier die zweite Kniffe drin. Moment. Ups. Kommt dahin. Genau, der Hammer. Oh, stimmt. Stifte hab ich jetzt auch. Überschüssig. Stimmt. Okay. Ah, hier sind die Schätzchen drin. Ach, hier war noch die Wiffle Ammo. Ich wollte das schon sagen. Ich hatte doch noch irgendwo welche. Wartet mal. Wir gucken mal, inwiefern wir jetzt noch stacken können. Aha. Also, Revolver Ammo geht maximal auf 16 hoch. Und Wiffle Ammo? Ach, das ist genau diejenige, welche. Okay, aber da wir noch keine Würfel haben und keinen Revolver haben und leider auch keine Hunting-Würfel haben, nehmen wir erstmal nur Shotgun und 9mm mit. Dann habe ich hier nämlich nochmal zur Not ein bisschen Platz. Ich könnte mir Painkiller noch einstecken, ein, zwei Stück. In der Theorie. Zack, 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 zack. Das mal so, machen wir die Pfeile da. Apropos Pfeile, ich brauche noch neue Pfeile. Und jetzt wollen wir aber erstmal noch die Konserven da stapeln. Ist auch nochmal schnapperig, ach du Heilige. Ei, stimmt, ich habe einen Revolver, voll vergessen. Okay, wir holen die Revolver-Munition wieder raus. So, wo ist er? Wo ist er? Ich weiß, dass sie hier ist. 16 und 9, dann in dem Fall beide mitnehmen, ja. So, Schießpulver erstmal wieder hier mit hin. Genau. Schnapperig, den hatte ich ja hier drüben. Ja. Wir sind gleich durch mit den Sortieren, liebe Leute. Wir haben es gleich geschafft und dann machen wir uns an andere Projekte ran. Was sagt denn der Dost? Weil es sind saumäßig viele Dosen. Nehmen wir mal die, die am meisten angekratzt ist. Und hauen uns die schon mal hinter. Entschuldigung. Sehr gut. Hüngerchen hat er auch, aber das ist kein Thema, kein großes, denn wir haben ja Fleisch getrocknet. So, die Stifte aufhüllt Zeugs. So, dann haben wir hier links zum Aufhören, hier rechts ein anderes Gedöns. Jut. Okay. Eigentlich wäre es mir doch lieber, wenn ich das Tier reinpacke. Was geht jetzt schneller, wenn ich den zum Auto hintrage, wieder hergefahren komme, drauf lade oder wenn ich das Auto hole her... Es dauert lange... Es dauert genauso lange, denke ich. Wir müssen umschichten. So gut es jetzt noch geht. Munition, Munition. Waffe, Waffe. Ersatzkanister. Axt. Messer. Waffe. Oh, passt. 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 Habe ich schon erwähnt, dass es passt? Wunderbärchen. Neue Pfeile. Was wiederum bedeutet, wir brauchen noch mehr Stickys und... Achso, das hier wollte ich noch aufgeräumt haben. Moment. Sekunde. Hier. Damit das nicht immer so im Weg liegt. Was ist das Kanister? Ich weiß nicht. Der ist eigentlich ein Werkzeug, ne? Eigentlich schon. Machen wir es lieber so. Dann haben wir schon mal drei. Wunderbar. Es ist sauber. Leute. Wir haben es geschafft. Es ist aufgeräumt. Gut, das sammle ich jetzt nicht, weil dafür brauche ich nicht wieder einen extra Slot. Das bleibt ja bestehen. Sehr gut, ey. Und ich habe keine Metispes mehr. Alle schon wieder verbaut. Verdammt. Ist auch schon getrocknet. Okay. Könnte ich Leder draus machen, theoretisch. Und das wieder stacken. Aber jetzt mache ich erstmal Pfeile. Oh. Keine Stickys mehr so großartig. Sekunde. Ne. Die, die, die hier. Erstmal Branches noch sammeln. Ich wollte gerade sagen, sind die jetzt nachgewachsen, aber ne. Da stehen noch meine Stümpfe. Na gut. Die hier vorne können auch weggeholzt werden. Bei dem, was ich noch so probieren möchte und vorhabe. Oh. Der war aber schon gut angehittet hier. Da habe ich wohl schon mal dran geplabbert. Die haben wir trotzdem immer noch mit auf. Ich wollte eigentlich Branches, liebe Spiel. Obwohl, jetzt habe ich ja wieder 16 insgesamt dann. Na, komm. Ich mache jetzt noch hier die Axt hinüber. Ups. Ähm. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nix. Moment. Ha. Branches. Leaves brauchen wir ja auch dann immer wieder mal auf Vorrat. Also nehmen wir sie auch erstmal mit. Ähm. Komm, ich mache mal den Stumpf mit weg. So, dann sehe ich hier auch wieder ein bisschen was. Okay, hier ist einfach nichts mehr. Alles klar. So, und so. Ich glaube, da liegt noch ein Branch. Wunderbärchen. Wäre noch lieber wären mehr, wenn ich wieder 24 Pfeile hätte. Also drei Stapel. So. Okay. Ich brauche neun im Inventar. Na gut, hilft alles nichts. Wir fällen noch ein. Mit dem Holz werde ich ja schon was anzufangen wissen. Definitiv. Ah, da ist gerade ein Branch gefallen. Oh, mehr als einer. Sehr schön. Gut. Wahrscheinlich kann ich gleich nicht mehr alle tragen. Ich kann alle tragen. Okay. Da war ne Blaubeere. Alles gut und schön. Au, stimmt. Da fällt mir ein. Die Fallen. Die Tierfallen müssten wir auch mal probieren zu bauen. Ich bin wieder an der falschen Hütte. Das gibt's doch nicht. Herrschafts-Zeiten. Oh. Sehr gut. Die sind Post-Deko, ne? Ja, die kann ich nicht aufsammeln. Alles klar. Wieder eine Reihe mehr. Und, ahi, hopp. Dann hier. Ah, sehr schön. Vorher noch Blätter. Warte mal, wo hatte ich denn jetzt Blätter gestapelt? Ich steppe. Ach, hey. Schon wieder alle verbraucht? Ja, das wird sein, oder? Wieder alle verbraucht. Dann lege ich die erstmal hier mit hin. So, aber die, die, die Rinde, die kommt erstmal hier mit rein. Genau. Die hier brauche ich auch nicht. Die Hände, wenn wir rumschleppen. Jutsch. Zack. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ich brauche nur Stickies dafür, oder? Ja, okay. Dann machen wir Stickies. 24 Stück. Im Übrigen zum Thema. Sie fressen Pfeile. Dass bei den Headshots, die Pfeile kaputt gegangen sind, äh, verschwunden sind, kam noch ein guter Hinweis von einem der Zuschauer. Von Matthias war das, glaube ich. Kann natürlich gut sein, dass die einfach nur kaputt gegangen sind. Weil die haben ja auch eine Haltbarkeit. Es war früher so, als es noch mehr verpackt war als heute, dass das keinen Einfluss hatte. Ob die verpackt sind. Äh, ob die, die, die verschossen werden oder nicht. Also. Ach ja, ich hatte ja noch ein bisschen was drin. Okay. Ähm, was? Ach so, man sollte auch etwas draus machen. Mann. Ja, also kann natürlich sein, dass die einfach nur kaputt gegangen sind. Früher war es so, dass die halt nie ein Parkett verloren haben und dann manchmal einfach verschwunden sind. Oh, ist gerade Nebel ausgebrochen oder Regen jetzt? Mh. Genau, unser Lieblingswetter. Das Superlautgewitter. Sehr schön. Okay. Rief da aber alles nichts. Was mache ich hier? So. Zack. Und zack. Und zack. Sind schon mal 24 potenzielle Headshots. Das ist bloß die Frage, ob sie Mandiken auch mit einem Schuss umhauen, wenn ich den Kopf treffe, ne? 15 Uhr. Da könnten wir jetzt eigentlich auch nochmal schnell Abendbrot essen und schlafen gehen. Dann ist das Gewitter auch vorbei. Also, warte mal. Ihr wart trocken, oder? Ja, ja. Gut. Wird gerade nur nochmal mit Salzwasser weiter konserviert. Zack. Hauen wir uns da schnell hinter. Dann gehen wir schlafen und dann machen wir uns auf den Weg zum Auto. Ah, Gewitter ist vorbei. Oh, das war aber echt nur eine kurze Husche. Problem ist nur, dass das Ingame immer schon so früh dunkel wird, ne? Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, brauche ich fast eine Stunde Ingame zur Community. Auch wenn ich durchsprinte, ohne anzuhalten. Ist dann doch ein bisschen zeitlich knapp. Machen wir kurz so rum und füllen mal auf. Oh ja, ich muss dringend Wasser holen und hier nochmal die Kiste anschmeißen. Super dringend sogar. Obwohl, hm, eigentlich noch nicht so dringend. Ach so, siehst du, da fällt mir ein. Verbrauchen wir hier nochmal einen. So. Entschuldigung. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ich habe heute ständig den Hustenreiz. Aber krank nicht so wirklich. Also im Kopf vielleicht, ja. Aber ansonsten. Gut, ich würde gerne dann noch das hier mitnehmen und das hier mitnehmen. Ja, wie gesagt, ich will es probieren. Nehme ich noch. Ne, ich habe keinen Platz mehr dafür. Ich habe gerade im Blick, ob ich noch eine Reservedose mitnehme, aber ich habe keinen Platz mehr dafür. Gut. Lange Rede, großer Sinn. Wir machen uns jetzt auf den Weg zur Karre. Ach, shit. Am liebsten würde ich ja doch nochmal Wasser holen jetzt. Aber es ist ehrlich gesagt ein doppelter Weg. Erst Wasser holen, dann da. Ich muss sogar so Wasser holen. Ne, ne, ne. Wir schnappen uns jetzt den. Wir schnappen uns den, habe ich gesagt. Ja, danke. Schweini ist wieder da. Sekunde. Das ist Fleisch auf Vorrat. Oh, da habe ich noch einen Hammer liegen lassen, wie ich gerade sehe. So, Schweini. Tut mir leid, aber dich habe ich eigentlich gesucht, als ich dann Wölfe jagen musste. Wie war Quatschen? So. Mein Freund, ich werde es wirklich schnell hinter uns bringen. Ich werde bestimmt wieder sieben Pfeile für dich brauchen. Also, halt still. Das war... Also, warum ist der nicht tot? Warum ist der nicht tot? Wo ist mein Pfeil? Oh, hat der noch getroffen? Lul. Schwein? Schwein? Ah, hier vor mir. Was? Lebt noch? Ist da gerade Blut rausgesplattert? Ne, ist nicht wie bei Maddie Wilde Dynasty, dass die verbluten können, wa? Was? Oh, come on. Ah, der ist auch hinüber. Steckt wieder bloß ein Pfeil an. Das mit dem Fluchtschriftflex und so, das funktioniert noch nicht so, mein Freund, wa? Aber finde ich gut. Das heißt, ich habe nicht noch die reale Chance, sich zu erlegen. Jetzt ist das hinüber. Ah, vier Pfeile verbraucht wieder mal, ne? Ähm. Jetzt ist der andere Pfeil despawned, wa? Und ich habe kein Messer bei. Sekunde. Oder doch? Machete. Wir gucken mal, was Machete dazu sagt. Was mache ich hier? Ich nehme das nicht. Ich vergesse das immer wieder, dass wir den ganzen Kadaver schleppen können. Das war nämlich früher nicht so. Ah, ich kann auch rennen damit. Gut. Dann machen wir das lieber so. Dann nehme ich den erstmal noch auseinander. Fleisch und Fett. Gedärme und Haut erstmal nicht. So. Alliopp. Ablegen. Steck die Waffe weg. So. Zack. Müsste ich mir theoretisch jetzt nochmal einen craften, ne? Ich habe ja den einen Verschossenen nicht gefunden. Und der andere, der ja eigentlich im Kopf stecken blieb, der ist jetzt weg. Moment. Ne. Da. Hä? Achso, ne. Das ist ja bei Nahkampf einsortiert. Genau. Na, den. Da. Fünf Stücken Fleisch. Sieben Stücken Fett. Nice. Drei Stunden? Ja, okay. War schon zu erwarten. Aber okay. Dann können wir wenigstens am nächsten Ingame-Tag zum Banditencamp rüber. Auto vorher holen. Safe-Game setzen und probieren. Und wir haben mal ausprobieren, wie es jetzt hier mit Granaten und Explosionspfeilen funktioniert. Wird schon wieder dunkel. So, legen wir erstmal hier Fett rein. Gut. So. Ich schneide da noch mehr raus. Das Vieh hat ja auch noch einen Kopf. Nochmal drei Stück. Oh, hard to use. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Hier brauche ich die Axt. Alles klar? Machen wir 45 Minuten. Aber was mich nun gerade wundert. Warum war das Tier alleine? Sonst sind doch immer kleine Ferkelchen dabei und so. Also die Frischlinge oder wie die heißen. Also wie man sie nennt. So. Jetzt darfst du despawnen. Salz. So. So. Dann wieder hier. Dann wieder da. Sehr gut. Ja. Und das droppt jetzt wieder alles auf den Boden. Drei Sekunden Regel. Machen wir noch drei Stücken übrig. Okay. Wir machen Feuerchen. Sobald ich Platz dafür habe. Moment. Alles wird hier draußen? Ja. Alles in Ordnung? Keine Zombies? Wunderbar. Ach Mensch. Es fällt mir jetzt erst auf, dass die jetzt auch unterschiedliche Icons haben. Dass man sogar sehen kann anhand der Symbole hier in diesem Inventarsystem. Was schon trocken ist und was nicht. Gar nicht drauf geachtet. Schön. So. Dann Feuerholz. Ne. Habe ich schon drin liegen. Was brauche ich noch? Äh. Nehmen wir erst mal Papier. Granaten würde ich jetzt ungern reinlegen wollen. Ich denke, das ist verständlich. Ja. Sollte reichen zum Durchbraten. Aber ich glaube, ich lege noch mal einen hiervon nach. Zack. Brennt auch nur eine halbe Stunde. Oh. Gut. Fast. Und dann ist es schon wieder so weit, dass wir wieder neues Salz brauchen. Jetzt haben wir sämtliches Salz schon wieder verbraucht. Okay. Das heißt, Trockenfleisch ist erst mal nicht. Also neues produzieren. Aber ist okay, denke ich. Wir haben mehr als ein Drying Rack voll. Das sollte uns erst mal eine Weile über Wasser halten. Jetzt dauert es nur wieder so ewig, bis es durchgebraten ist, wa? Und hier war cool, früher zumindest, wenn 1,5 Liter erreicht sind, hast du gleich so einen vollen Kanister hier drin. Und er macht dann weiter mit dem nächsten. Also der zaubert sich irgendwo das Aluminium für die Kanister her. Aber fand ich mal ganz cool. Ach ja, ich hab ja noch mehr Fett. Okay. Logistisches Problem so langsam. Das muss hier langsam mal durch werden. Ich hoffe, es verbrennt mir jetzt nicht. Nö. Oh. Das mit dem schnell rüberziehen geht hier nicht. Boah, ist das laut. Okay, das dauert ein Weilchen. Aber gut, 5 Minuten. 5 Minuten Steak, ne? Kennt doch jeder. Nochmal 5 Minuten. Naja, obwohl, ich weiß nicht. Ne, ist noch als Rohde und nicht mal als... Well done. Äh, Medium. Jetzt ist well done. Oder aber? Boah. Boah. Das geht nicht, ne? Ne. Okay, das wird noch ein Weilchen dauern hier mit dem Fett. Das ist jetzt okay. Wir legen nochmal Feuerholz nach. Definitiv. Zum Glück hab ich ja so viel. Mittlerweile. Oh, stimmt. Den Hautplatz müsste ich langsam mal bauen. Ach ja, es geht ja auf maximal 3 Stunden. Ah, voll vergessen. Na gut. Wir legen uns erstmal für... 2 Stunden hin. Dann trinken wir einen Schluck. Dann essen wir ein Steak. Setzen wir uns nochmal kurz auf den Hocker. Ah, ich trinke wieder eine Dose. Die nehmen halt echt viel Platz weg, ne? Ja. Super. Dann ist der hier von 1. Oh je. Platzprobleme. Dezente. Oh, es ist durchgerendert. Sehr schön. Alles klar. Und da haben wir schon die ersten 1,5 Liter. Sehr geil. Aber ich lege hier nochmal 2 Scheite nach. So. Und jetzt können wir durchschlafen. So, nochmal 5 Stunden. Immerhin. Achso, trinken vergessen wir. Äh, ne. Moment mal. Ich hatte getrunken. Hä? War das hier so salzig? Oder was war los? Ich hab doch getrunken. Jetzt sagt nicht, dass ich wieder irgendwas gegessen habe. Was schon wieder nicht mehr so toll war. Und ich hab bloß wieder die Anzeige nicht, dass ich eigentlich eine Lebensmittelvergiftung habe. Oh. Aber Problem ist nur, dass Fleisch wird mir relativ schnell weggammeln. Hätte ich vielleicht noch nicht jetzt schon durchbraten sollen. Ich erinnere mich. Da hatten wir eigentlich mal so einen kleinen Trick 17 verwendet. Ach ja, die Batterie ist ja tot. Da hatten wir mal einen kleinen Trick 17 verwendet. Und zwar immer warten, bis das Rohrfleisch schon von der Haltbarkeit her ziemlich down ist. Und dann einfach direkt im Anschluss durchbraten. Weil dann die Haltbarkeit wieder bei 100% steht. Entschuldigung. So. Das Messerle kommt zurück. Das war aber nicht hier drin, sondern da drin. Na. Sehr schön. Die wollte ich ja mitnehmen. Die nehme ich jetzt dann zwangsweise auch erstmal mit als Vorrat. Und Wasser ist ja voll, ne? 2,5 Liter voll. Sehr schön. Nur aber rüber da. Und dann wird's spritzig. Wo hab ich den Koffer hingestellt? Ach da. Hast du dich versteckt? Ja, du kleine Halunke. So. Wenn mir jetzt aber nochmal ein Tier über den Weg läuft, werde ich's nicht jagen. Außer sie jagt mich. Wie gesagt, wir gehen jetzt endlich das Auto holen. Das wird auf jeden Fall erstmal gespeichert, wenn wir dann in der Nähe vom Banditencamp sind. Und dann probiere ich mal, wie gesagt, diese neue, äh, ja, diese, diese neue Pfeilmunition aus. Granaten hatte ich früher schon mal. Und die ausprobiert, aber fand die jetzt nicht so Bombe. Oh, das war ein böses Wortspiel. Aber die Explosionspfeile, die möchte ich schon ausprobieren. Wenn die one-shotten, dann muss ich halt nur vernünftig treffen, um halt drei Banditen hintereinander weg auszuschalten. Vielleicht sogar, wenn sie nebeneinander stehen. Das würde ich probieren. Wenn die nah beieinander stehen, kriege ich vielleicht mit einem Schuss zwei ausgeschaltet. Das wäre geil. Und ich nehme mal an, ohne es genau zu wissen, dass diese High-Quality Arrowheads, dass man die dafür braucht, um die Dinger herzustellen. Also irgendwie dann eine Kombination mit Schießpulver und so weiter und so fort. Weil wir sehen halt in der Workbench, sehen wir halt nicht, äh, irgendwie High-Quality Arrows. Und dann nur die, die wir schon kennen. Also die normalen mit Eisenspitze und die mit, äh, ja, brennende Spitze. Also für die Feuerpfeile. Und wenn wir die Banditen durch haben, können wir dann in den nächsten Folgen auch gerne noch die Ranches hier ringsherum machen. Und dann uns dann langsam, aber sicher mal so Stück für Stück, Areal für Areal, so ein bisschen durchmuscheln. Na, ne. Na, ich glaube, jetzt zickt er mir gerade ein bisschen. Wollen wir mal auf hier. So, genau. Ist aber falsch rum. So. Klappe zu, Affe tot. Funktioniert. Jetzt dachte ich gerade da links schon wieder Meta-Scraps, aber ne. Wahnsinnig. Äh, ach du Heilige, mein Helm ist ja so gut wie runter. Ja, stimmt, ich habe ein paar Mal auf die Schnauze bekommen. Machen wir das mal so rum. Und die achte dann hier rein. Dann habe ich nämlich noch Ersatz. Die Axt kommt erstmal raus. Dann kommen nämlich hier die Granaten hin. Für alle Fälle noch ein Speer. Und die Machete. Obwohl, ach, ich hätte ein Basie nehmen sollen, wa? Ah, naja. Hätte, hätte, Fahrradkette. Jetzt sind wir hier ohne Basie. So, wenn ich nämlich jetzt zücke. Mit R drücken. Nochmal R. Und hier sind die Explosiven, genau. So. Nochmal gucken. Wirklich alles safe? Ja. Komm, füllen nochmal den Tank auf, wenn wir schon mal hier sind. Aber fast 20 Liter, das sollte erstmal ne ganze Weile reichen. Außer sie haben im Verbrauch was geändert. So, nochmal ein Schluck Kaffee im Moment. So, ich hätte speichern können. Warten, ob es er gespeichert hat. Und dann geht die Willefahrt los. Ähm. Engine. Motor läuft. Motor fährt. Ich bin schon das erste Mal angeditscht. Okay. Und nochmal. Und nochmal. Okay. Kleine Hausregel. Das kennen die Zuschauer, die schon länger dabei sind. Ich muss jetzt dreimal rumlaufen aufs Auto. Einmal. Zweimal. Oder ist das erste Mal. Warum? Das hat einfach die Bewandtnis. Früher war das so, wenn es so vorangeht. Ich habe immer irgendein Teil, was du schon verbaut hast, Schaden genommen. Und zur Strafe musste ich halt immer ums Auto rumlaufen. Und ich fand es mit der Zeit an irgendwie doch witzig und habe es dann weiter durchgezogen. So, da oben müssen wir hin. Genau. Wir können ja schon mal gucken gehen, wie viele es sind. Denn wenn ich das richtig mitbekommen habe, reagieren die nicht, wenn du mit dem Auto da bist. Dass du für die unsichtbar bist im Auto. So wie bei den Zombies. Könnte jetzt übrigens laut werden, falls ich mich täuschen sollte. Okay. Wir sind nicht unsichtbar. Oder? Vier sind's. Ja. Alarmiert sind sie nur. Sie schießen nicht auf mich. Das ist... Okay. Gut. Oh. Oh. Ich korrigiere. Sie schießen doch. Kann man die umfahren? Ich will es nur testen. Frag für den Freund. Wow. Es geht. Alles klar. Einmal durchheizen hier. Oder auch nicht. Au. Au. Sie treffen mich. Au. Es sind fünf. Ich wiederhole. Es sind fünf. Au. Alles klar. Es ist noch einer. Es ist noch einer. Ich wiederhole. Es ist noch einer. Wir hatten da mal ein Auto. Jetzt brauchen wir einen Wagenheber. Ich wollte es nur probieren. Au. Warte. Sehe ich da? Ich sehe da. Ja. Da ist doch jemand. Da ist doch jemand. Und noch eine Holzkiste. Schön. Wen haben wir denn hier? Ah ne. Das ist so ein Militärkistengedöns. Ei. Okay. Ähm. Ich habe das Gefühl, wir sind ein bisschen zu spät. Wir hätten vielleicht zwei bekommen können. Ach. Das ist die neue. Die Asiatin. Das machen wir noch. Das machen wir noch, Leute. Die sieht fit aus, würde ich sagen. Die sieht doch fit aus. So. Als wäre die jetzt nicht verungert. Komm. Wir laden jetzt nochmal. Wollen wir kurz ans Menü. Ich wollte eigentlich nur die Pfeile ausprobieren. Aber es ist gut zu wissen, dass das jetzt auch geht, dass man die überfahren kann. Ach Mist. Jetzt habe ich nicht geguckt, inwiefern das Auto Schaden genommen hat bei der Aktion. Weil drauf geschossen, gegen gefahren und so. Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Aber gut zu wissen, dass man die überfahren kann. Das gefällt mir. Fünf Dudes könnten ein bisschen schwierig werden. Erstmal kurz wieder alles laden lassen. Gut. Gehe ich diesmal hin, ohne anzutitchen. Das ist aber ein Ruckler. Ich bin nicht dran. Moment. Ah, geht okay. Mist. Ah, zweimal. Okay. Das ist aber auch eine blöde Ecke hier. Ah. So. Einmal. Zweimal. So, wartet mal. Von hier kamen wir doch auch in die Richtung, oder? Mehr oder weniger. Ja. Hier kommen wir eigentlich drauf auf das Lager. Finde ich nicht auch. Wartet mal. Das Problem ist halt, sobald die jetzt mein Auto sehen, sind die alarmiert. Das würde ich gerne vermeiden wollen. Ich mach erstmal den hier. Ähm. Was hat er wieder vergessen? Er hat dieses, welches und jenes dort inklusive der Munition vergessen. Weil ihr habt gesehen, die haben schwere Waffen. Dann würde ich erstmal so und so probieren wollen. Das macht mehr Sinn. Die drei muss ich erstmal durchladen. Die hat nämlich in Anführungsstrichen nur sechs Schuss. In der Trommel. Hat er gerade sieben reingelegt und sechs gezählt? Alles klar. Die ist geladen. Die ist geladen. Wunderbar. Jetzt erstmal hier hoch in den Wald. Lucky Cookie machen. In der Hoffnung, dass jetzt nicht irgendwo ein Wolf hinter mir auftaucht. Ich glaube, von da oben aus kriege ich die sogar noch besser, weh? Ja. Ich bin gar nicht da. Ihr seht mich nicht, Jungs. Ich habe Tarnmuster an. Das schöne gelbe Tarnmuster. Von meiner Regenjacke. Und die blaue Jeans. Blau wie das Meer. Gelb wie die Bäume hier. Ich bin total gepaunt. Äh, getarnt. Geparnt. Ja, genau. Ich bin getattet. Ja, die erwische ich gut. Aber ich selbst habe dann keine Deckung, ne? Ja, sie sehen mich gar nicht hier oben. Lul. Ja, ich habe hier nicht wirklich Deckung. Aber ich könnte die relativ zügig... ...wegnatzen. Dann würde ich jetzt wirklich mal probieren, wenn zwei nebeneinander stehen. Ob das überhaupt geht, ne? Yo, es geht. Wie geil ist das bitte? Oh, der schießt gleich auf mich, ne? Jetzt schießt er nicht mehr. Ist der gerade gestolpert? Ne. Sah so aus, dass der da hingefallen, oder? Weiter, der ist auch vorbei. Wo schießt du hin, Alter? Ich bin hier oben. Bin keine Tontaube. Die sind beide dahinter, wa? Ja. Oh, come on. Das wäre ein Treffer gewesen. Sag mal, sind die wirklich so dämlich, oder tun die nur so? Aber! Die treffen doch! Au! Nein! Nein! Ahaha! Ahaha! Hat's mich doch noch erwischt. Ah! Aber cool, das mit den Explosionsfeind, das gefällt mir sehr. Aber die sind bestimmt sau teuer herzustellen. Oder man kann sie gar nicht herstellen, oder man kann sie gar nicht herstellen und nur finden und deswegen sind sie noch teurer. Na gut, Leute. Zweiter Tod. Tragen wir gleich ein, bevor ich es vergesse. Weil jetzt dauert es ja erstmal wieder eine Woche, bis ich die nächsten Folgen aufnehme. Zack, zweiter Tod. Da kommt die Musik zurück. Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr sehen wollt und ob ich dann die Tante da befreit bekomme, seht ihr dann in der nächsten Folge, die wie gesagt in einer Woche erst kommt. Und ich wünsche euch noch einen schicken Abend, macht's gut und bis bald. Ciao!